Karsten muss seine erste wissenschaftliche Arbeit für ein Seminar an der Hochschule schreiben. Eine Herausforderung für ihn, denn so richtig weiß er nicht, wie er anfangen soll. Nachdem er sein Thema formuliert hat, macht er sich an die Literatursuche. Doch wie startet er damit am besten? Von einem Kommilitonen erfährt Karsten von dem Recherche-Fahrplan der Bibliothek. Recherchieren kann man sich vorstellen wie eine Zugreise mit verschiedenen Stops. Der erste Stopp ist die Vorbereitung. Dabei schaut man sich zunächst das Thema noch einmal ganz genau an. Auf einem leeren Blatt Papier erstellt man dann eine Wortliste mit ähnlichen Verwandten und auch englischen Begriffen. Zudem sollte man die Zeit und den Umfang für die Recherche im Auge haben. Denn für eine Abschlussarbeit benötigt man natürlich mehr Literatur als für eine Hausarbeit. Um die Begriffe später nicht wahllos in Datenbanken einzugeben, ist auch die Auswahl der Suchinstrumente wichtig. Bücher findet man gut über Bibliothekskataloge. Zeitschriftenaufsätze recherchiert man am besten in elektronischen Fachdatenbanken. Diese gibt es für jedes Fachgebiet und die Bibliothek stellt hier Lizenzen bereit. Der zweite Stopp der Reise ist die eigentliche Recherche. Sehr oft wird dabei nur das Freitextfeld genutzt. Das heißt, alle wichtigen Suchfelder werden gleichzeitig durchsucht. Das führt zu sehr vielen Treffern. Mit der Suche in spezifischen Suchfeldern lässt sich diese oft verfeinern. Schlagworte zum Beispiel beschreiben den Inhalt einer Publikation. Sie eignen sich also gut für eine thematische Recherche. Wichtig ist auch, dass Suchbegriffe auf verschiedene Weise miteinander kombiniert werden können. Gebräuchlich ist die Phrasensuche oder Verknüpfungen mit und, oder und nicht. Dabei lässt oder Treffermengen größer werden. Und und nicht machen sie kleiner. Viele Datenbanken bieten zudem weitere Such- und Verknüpfungsmöglichkeiten an. Mit Index und Thesaurus lässt sich die erstellte Wortliste noch einmal präzisieren. Der Index bietet eine Wortliste mit den in der Datenbank enthaltenen Suchbegriffen. Der Thesaurus zeigt außerdem verwandte Unter- und Oberbegriffe für Wörter an. Der dritte und letzte Stopp ist die Evaluation und Weiterverarbeitung der Ergebnisse. Hat man zu wenig Literatur gefunden, sollte man seine Wortliste überprüfen. Mit Index und Thesaurus arbeiten oder Literaturhinweisen aus bereits gefundenem Material nachgehen. Bei zu viel Literatur empfiehlt es sich, das Thema oder die Suche weiter einzugrenzen. Bei der Weiterverarbeitung sind die Möglichkeiten vielfältig. Ergebnisse aus den Datenbanken können ausgedruckt, gespeichert, per Mail verschickt oder direkt in ein Literaturverwaltungsprogramm exportiert werden. Häufig lassen sich auch die Suchanfragen online speichern, um später darauf zurückgreifen zu können. Mit dem Recherchefahrplan hat Carsten nun alle wichtigen Stationen der Literatursuche im Blick. Er ist begeistert und fühlt sich bestens gewappnet für seine erste wissenschaftliche Arbeit. Bei Fragen unterstützt ihn seine Bibliothek gerne. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.